Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch bei Michi, GER-Collector in München. Wir machen heute etwas, das ist zwar unspektakulär für mich, aber vom Befriedigungslevel auf jeden Fall extrem geil, weil selbst beim GER-Collector habe ich meine Wagen mit. Wir haben heute die Chance, diese ganzen Hypercasts, die hier stehen, durchzuwiegen. So, jetzt ist das Problem, das sind zu viele, um sie alle durchzuwiegen und wir wollen es für euch ein bisschen interessant machen. Das heißt, ich habe mir eine Challenge überlegt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Er hat übrigens auch eine Stimme. Du warst jetzt gerade so lange ruhig, das kannte ich gerade gar nicht von dir. Ja, ich dachte mir halt einfach, wenn du so im Flow bist, dann lass ich dich einfach mal reden, weißt du? Wenn die im Flow kommen, dann wird es schwierig, dass du noch zum Reden kommst. Okay, wir suchen uns jeweils drei Autos aus. Okay. Jeder von uns kann drei Autos sagen, wir wiegen jetzt das, das und das Auto und in dem Moment muss der andere als, nee, wir machen nicht, der andere muss erst sein Gewicht sagen, sondern wir nehmen beide unser Handy, tippen das Gewicht ein, zeigen es kurz einmal in die Kamera, ohne dass es nur Kevin hinter der Kamera sieht und dann fahren oder schieben wir die Autos auf die Waage, würde ich sagen. Klingt gut. Und ich glaube, da kommen also nicht erschreckende Sachen. Das kann für mich ziemlich peinlich werden, weil ich habe schon so viel gewogen, wenn ich hier bei dem einen oder anderen Auto dermaßen daneben liege, dass ich dann wahrscheinlich an mir oder einer Waage zweifle, aber das macht es umso interessanter. Ich bin mal gespannt, wie falsch ich da liegen werde. Das heißt, wir fangen einfach abwechselnd an, würde ich sagen, und suchen uns Autos aus. Ja, würde ich sagen, dann darfst du das Erste schon mal ausmachen. Ich darf anfangen. Wir müssen Lade einen R40 nehmen. Der R40, okay. Aber den starten wir nicht, den schieben wir nur nach vorne. Warte, wir sind hier, Luke, wir haben ja noch Assistenzen. Muss ich mich hier wieder bücken und die Batterie und alles. Die müssen wir auf jeden Fall. Das Problem ist, die Auswahl hier ist so groß, eigentlich alle. So, den nehmen wir auf jeden Fall. Wir können ja schon mal alle durchgehen, welche wir wiegen. Ach so, okay. Also, dann nehmen wir hier schon mal einen F40. Genau. Dann nehme ich, ich nehme einen C63. So, bist du bereit für einen Kaltstart? Nee, eigentlich nicht. Egal. C63, ja, okay. Okay. Erstmal schon klar. Nimm ihn ruhig. Nee, nee, ich bin wirklich gerade im Zwiespalt. Weil die GT3 RS, die sind so verdammt schnell auf der Rennstrecke, dass es mich wirklich reizen würde, was so ein Ding wirklich effektiv wiegt. Also, ich nehme lieber den GT3 RS. Weil ich die Vermutung habe, dass der echt leicht sein muss, weil die so verdammt schnell sind. Okay. Ja. Also, du kannst alles auswählen. Dann hast du jetzt deinen zweiten GT3 RS. Dann nehme ich als zweiten, nämlich den schweren, nehme ich hier den Aventador. Boah, kann ich gar nicht einschätzen, soll ich jetzt schon. Der ist ultraleicht. Ja, bestimmt. 900 Kilo. 900 Kilo. Ich muss leider den Senna nehmen. Okay. Der hat bei uns auf dem Bilsterberg so eine Zeit hingelegt. Und das Witzige ist wirklich, ich schwöre auf mein Leben, ich habe nicht nachgeguckt, was diese Autos wiegen. Wirklich nicht. Ich kann es wirklich gerade null einschätzen. Es mag sein, dass ich mit so einem Senna gleich komplett daneben liege. Aber so, wir moderieren das gleich so ein bisschen, was an so einem Auto dran ist. Das Problem ist, ich weiß es indirekt schon, aber dann ist halt wieder mit der Auswahl, du vergisst das halt dann auf einmal wieder. Das sind deine Autos, das ist ja auch deine Berechtigung. Du hast ja bestimmt in den Schein schon mal reingeguckt, was da drin steht. Und deswegen, wo ich mich wahrscheinlich komplett verschätzen werde, ist, ich könnte jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt den RS e-tron GT, reines Elektrofahrzeug. Den müssen wir ausschließen, habe ich schon gewogen. Das wäre unfair. Deswegen denke ich mir schon, das weißt du. Den haben wir tatsächlich schon gewogen. Weißt du was? Wir nehmen hier den Fiat. Boah, der ist wohl geil. Den nehme ich als drittes. Weil das interessiert mich selber mal, was das Ding wiegt. Vor allem, wenn wir zwei dann noch drinnen sitzen. Dann ist es nochmal 200 Kilo schwerer. Habe ich direkt eine Zahl auf jeden Fall im Kopf. Ich kann es 0,0 einschätzen. So, das war aber noch nicht alles. Weil eine Challenge gibt ja immer logischerweise einen Sieger und einen Verlierer. Es gibt für jede Wertung einfach einen Punkt. Wer näher dran ist, hat dementsprechende Punkte. Egal ob nach oben oder nach unten. Und ich kann dir anbieten, wenn ich verliere, darfst du, wo wir schon beim Thema Fiat waren, irgendwann werden wir uns ja bestimmt nochmal hoffentlich auf der Rennstrecke sehen. Dann fährt bis dahin auch mein Abarth und dann kannst du meine Rennstreckenabarth mal ein bisschen durchgegenprühen. Okay, das hört sich gut an. Das machen wir auf jeden Fall. Was würde für dich auf der Wunschliste jetzt hier stehen, was vielleicht der Nikolaus ermöglichen könnte? Ich glaube, eine Runde F40 würde mich schon auch gar nicht unbedingt irgendwie ballern oder irgendwas. Ich kenne das ja aus deinen Videos, wie du diese Autos fährst. Langsam. 2,60. 2,80. Alter. Boah. Langsam. Ich kenne mich einfach nur so die Emotionen reinsetzen. Also F40 ist eigentlich nicht so mein Auto. Dieser Mythos hinter dem Auto ist ja echt krass, wie die Leute dieses Auto feiern. Aber dann doch so der Motor mit so dahinter und ich glaube einfach das Erlebnis in so einem Auto ist, wird auf jeden Fall da sein. Wenn man mal einmal die Chance hat, so ein Auto zu fahren, muss man das hinnehmen. Dann würde ich sagen, dann halten wir das so fest. Los geht's. Okay, wir gehen das in der Reihenfolge durch. Das heißt, wir fangen theoretisch, fangen wir gleich direkt mit dem F40 an? Müssen wir ja, ne? Müssen wir. Müssen wir. Okay. Ich mache die Wagen betriebsbereit und los geht's. So, wir machen mal einmal die Kontrolle, ob die Wagen hier auch geht. Immer noch 73 Kilo wie letzte Woche. Wie viel? Was sagt er bei mir? Guck, siehst du, ich habe doch dein Gewicht gerade geschätzt. 75. 75, das kann nicht sein. Der Helm wiegt 10 Kilo allein. Kann nicht sein. Jetzt müssen wir folgendes machen. Jetzt müssen wir dieses Auto einmal schätzen und in der Kamera zeigen. Ich muss kurz überlegen. V8, Vito, Rohrrahmen, Carbon, eigentlich nicht viel drin. So. Mein Einsatz. Einmal. So. Und jetzt können wir. Gerade noch selbstverständlich gesagt, der Rest hilft mit. Nach vorne? Ja. Also ich muss gerade ehrlich sagen. So. Nach dem ersten. Also entweder geht es in der Halle hier bergauf oder es ist doch schwerer als getippt. Oh. Ich habe getippt 13,50. Alter du bist ja. Wo sind wir? 13,4. Oh. Sicher, dass du nicht doch zufängerweise so Wagen hast und die schon durchgewogen hast hier? Nee. Nee. Aber ich gehe wieder davon aus, wenn ich mich jetzt reinsetzen würde, dann wären wir schon wieder bei 1.450 Kilo. Aber doch leicht. Also muss man einfach sagen. Heutzutage in einem Auto so 1300 und damals schon. Kein ABS, Servolenkung, nichts. Gar nichts, ne? Da geht es rein ums pure Fahren. Ich habe so eine 6-0-Übermarge für mich heute und du am Ende in Abarth fährst. Komm her. Wir schieben den runter. Also ich mache es zum ersten Mal, aber... Ja, so viele F40 haben wir im Leben auch noch nicht gewogen. Aber ich hatte eben in Erinnerung, dass wir irgendwo so bei 1300 Kilo um den Dreh gewesen sind. Deswegen dachte ich mir, komm, ich schätze ihn mal ein bisschen leichter. Krass. Okay. Ja, auf jeden Fall richtig geschützt. Der erste Punkt geht definitiv an Michi. Weiter geht's. Auto runter. C63. Mach mal. Den können wir auch starten. Den müssen wir nicht schieben. So. Jetzt. Stopp. Also Michi, du hast es auch wirklich geschafft, nach dem ersten Auto mich einzuschüchtern. Ich muss mir jetzt echt immer doppelt überlegen, was ich hier sage. Weil da warst du ja so nah dran. Vor allem auch noch beim Auto, was ich ausgewählt habe. Darf man auch nicht vergessen. Das heißt, hier weiß ich, da muss ich jetzt richtig liegen. Auch wieder V8. Heckantrieb. Ein bisschen Carbon. So. Ja, dann. Soll ich mal einen kleinen Soundcheck noch machen? Können wir doch gerne machen. Aber pass auf. Da würde ich doch am besten sagen, du stellst dich nach hinten und filmst einfach seine Reaktion beim Starten. Du hast aber das Auto schon wegen Gewicht ausgewählt und nicht weil er so geil klingt. Beides. Okay. Muss ich mir Ohren zuhalten? Ne. Nein. Nein. Geht schon. Ready? Ja. Scheiße. Doppelklein das Ding rein war. Weiter. Noch weiter. 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 So. Auto Nummer 2. C63 Black Series. Ich habe getippt 1580. Ich habe das Auto Nummer 2. Ich habe getippt. Was habe ich nochmal getippt? 1700. Echt so schwer? Okay. Jetzt müssen wir rechnen. Weiter. Wer macht das Ding? Ich halte den immer falsch rum. So rum. Hallo? 1638. Heißt du bist 62 daneben? Auch witzig. Einer zu viel. Einer zu wenig. Ich bin 37. Kommt mir zugute. Ich bin 57 weg. 57 zu 63. Das heißt der Punkt geht an mich. Ha. Also ich bin mir da noch nicht so sicher. Schau mal. Der steht hier noch nicht so ganz drauf. Du kannst gerne nochmal ein bisschen nach vorne fahren. Wir überprüfen das hier gerne nochmal. Aber normalerweise wenn du auf der Waage draufstehst. Passt das schon. Alles gut. Fahr nochmal zwei, drei Zentimeter nach vorne. Dann gucken wir nochmal. Alles gut. Der Punkt geht an dich. Du brauchst eine Erfolgschance. Wir müssen es spannend halten. Ja eben deswegen. Aber 1000. Ich hätte echt gedacht leichter. Ich hätte gedacht wirklich bei. Ich normalerweise auch. Aber ich habe in Erinnerung einfach so ein C63 mit dem V8 Motor. Das Ding ist halt schon schwer. Ja klar. Auch wenn wir hier Carbon verbaut haben. Gut und schön. Aber das Ding ist halt schwer. Aber Sound hat mich weggauen. Das ist wirklich. Da muss man echt schon aufpassen. Weiter weiter weiter. Passt. Typische Auto für die Innenstadt würde ich sagen. So was ist das hier? Unter 1000 Kilo oder können wir erst nächstes Mal wiegen wenn wir da sind? Ja dann können wir erst beim nächsten Mal wiegen. Okay. Ich komme wieder darauf an ob ich drinnen sitze oder nicht. Dann wollen wir gar nicht erst darauf eingehen. GT3 RS. Yes. So. Den hast du ausgesucht ne? Ja ja. Aber ich bin echt. Also ich bin so zielsicher beim wiegen eigentlich. Also wirklich so ich hib was hoch und sag 15 Kilo und es sind 14 bis 16. Aber ganze Autos. Okay. Warte mal wo ist das Telefon? Hier ist das Telefon. GT3 RS. Bügel drin. Ich machs ganz solide. Ja. Nee. Ich überlege gerade. Hätt schon wieder geändert. Nee das muss bleiben. Ich hab aber Deins nicht gesehen ne? Ich hab Deins nicht gesehen ne? Aber wir können auch gerne das alte nehmen. Ich wollte ein schwerer machen. Mhm. Komm da. Noch ein bisschen. Stopp. Ich hab getippt 1440. Hier sind wir wieder. Ich hab getippt 1500. 1517. Krass. Also selbst wenn ich 20 Kilo mehr, ich wollte 1460 sagen. 1517. Ja ja. Der Punkt geht an dich. Dann hast du besser getippt. Ist doch ganz schön schwer. Ja schon schwer. Dafür, dass die Dinger so verdammt schnell auf der Rennstrecke sind. Aber warte mal. Und es ja nur ein Sechszylinder-Sauger ist. Ja gut. Wir haben natürlich auch einen vollen Tank. Ja egal. Geht ja nur so grob drum. Voller Tank. 60 Liter. So in den Reh. Ja. Der Punkt geht auf jeden Fall an dich. An wen geht der Punkt? Ich hab's nicht ganz verstanden. Der Punkt geht an Michi. Ah ok. Alles klar. 17 Differenz. Da lag ich falsch. Ich hätte echt gedacht, die sind leichter. So. Du hast es als nächstes genommen. Äh. Aventador. Den für den. Kannst du die aussuchen. Mit oder ohne Bär? Nee. Deine Wahl. Ist egal. Wir nehmen den roten mit Bär. Ok. Dann nehmen wir den roten mit Bär. Schieben oder starten? Nee. Start machen. 12 Zylinder. 12 Zylinder. Also bitte. Ja. So. Jetzt wird's kompliziert. 12 Zylinder. So ein komisches Getriebe drin. Hat ja schon relativ viel Ausstattung. Jetzt natürlich von dem GT3s ist man natürlich jetzt so richtig verwöhnt so. Also verwöhnt im Sinne von, was willst du hier jetzt tippen? Ja gut. Du darfst ja nicht vergessen. Wir haben hier ein komplettes Carbon Chassis eigentlich hier am Stand. Ja. Also ich tue mir jetzt gerade ganz ehrlich auch schwer. Wegen. So. Dann reiß an den Bock. Also das ist halt der Vorteil an den Türen. Wenn man so einen Fuhrpark hat, dann ist das kein Problem. Man kann immer einsteigen, weil die Tür einfach nach oben aufgeht. Weiter. Noch ein bisschen. Ein 12 Zylinder klingt dann einfach wie ein 12 Zylinder. Brutal. Wie laut das Ding ist. Ich habe jetzt mit 1740 Kilo. 1720. Wir liegen beide komplett falsch. 1570 Kilo. Ach krass. Mit Teddybär. Das kann aber nicht sein. Das heißt, der Aventa Dorn mit 12 Zylinder wiegt gerade mal 60 Kilo mehr als ein GT3s. Also das glaube ich echt nicht. Da brauchen wir gehen. Wir haben so viele Autos gewonnen. Das passt. Okay. Aber leider. Ich muss zugeben. Der Punkt geht wieder an mich, Michi. Das heißt, alle die Kopf rechnen können. 3 zu 1 jetzt gerade. Das heißt, für mich reicht es maximal noch für das Unentschieden. Das heißt, ich sehe den Fahrräder schon einstauben. Also das bedeutet, weil ich jetzt gerade gewonnen habe. Jetzt gibt es noch ein bisschen Standgas dazu. Ja, in Sachen Sound ist Aventador einfach. Es gibt auch wirklich nicht viele Autos, die man vom Geräusch her gleich so krass erkennt, wie in Aventador. Das ist halt emotional. Gefühlt ist auch egal, welche Auspuffanlage da drunter ist. Man erkennt das irgendwie immer. Ja, von der Klangrad. So, jetzt wird es richtig spannend, Senna. Ja. Ich kann ja nur noch einen Unentschieden rausholen. Ich bin echt deprimiert. Jetzt auch noch so eine Bombe, Alter. Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Weil da ist jetzt ja schon ein Auto mit viel Technik. So, mit der, mit dem, mit alleine die Aerodynamik alles verstellbar. Und ich kann noch nicht mal sehen, was er so, 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 gerade so denkt, wenn ich hier irgendwas sage. Er ist am Nachdenken. Er ist am Nachdenken. Kevin lässt sich auch nichts anmerken. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Ich weiß es nicht. Dezent. Weiter, 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 weiter. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Stopp. Da komm ich nicht raus. Da komm ich leider nicht raus. Und da noch so eine Mikroscheibe. Also, ich habe getippt 1440. Ich habe getippt 1.300. Der Punkt geht an mich. 1.462. Sag mal, ist das... Ja, weil ich... Stopp, 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 stopp. Ich sitze drinnen. 1.500. Ich habe 1.300 verstanden. Müssen wir rechnen. 22 zu 38 geht trotzdem an mich. Aber ich wiege ja 100 Kilo. Ich wiege ja 100 Kilo. Ganz vergessen, wir müssen dich ja abziehen. Okay, warte. 1.400. Müssen wir rechnen. Ich war vorhin gerade auf der Waage. Minus 72 Kilo. Ganz vergessen, das sind... 1.462. Wie viel wiegst du? 75, ne? 75. Das sind 1.387. 87 Kilo Differenz. Und ich habe 53 Kilo Differenz. Der Punkt geht trotzdem an mich. Ich muss leider mehr essen. Geil. Ja, also da muss ich dazu sagen, ich dachte wirklich, der wäre leichter. Also so wie sich das Auto auf der Rennstrecke fahren lässt, fühlt sich das definitiv wie 1.300 Kilo an. Also als allererstes Michi nochmal wirklich vielen Dank, dass wir das heute hier machen dürfen. Weil für mich ist das wirklich gerade der Wiegehimmel. Weil wann kriegt man wirklich mal die Chance? F40. Senna. GT3 RS. Aventador. Also alles zu wiegen. Also wirklich vielen, vielen Dank an der Stelle. Logisch, logisch. Auf jeden Fall gerne. Ich habe ihn ein bisschen schwerer getippt. Weil wenn eine Aerodynamik funktionieren soll, muss das halt ultra stabil sein. Weißt du, wenn da ein paar hundert Kilo drauf rumdrücken, werden das schon nicht so die einfachsten Teile sein. 1.387 Kilo. Wie war der Tank jetzt ungefähr? Hätte ich jetzt nicht drauf geschaut, aber man müsste glaube ich auch so halten. Aber man darf nicht vergessen. Guck, der hat das Raumschuf an. Das ist so ein Raumschiff und 1.387 Kilo jetzt im Vergleich zum GT3 S. Klar, natürlich. Schon krass, ne? So, jetzt kommen wir zum Mini-Fahrzeug. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es richtig interessant. Vorher, ich kann noch den Stich holen. Da können wir nur falsch liegen. Also bei dem kann ich nur falsch liegen. Ich wollte gerade sagen, wir können ja mal vorne und hinten einmal hochheben. Vielleicht können wir den ja zu zweit hochheben. Das ist echt hart. Also das ist echt hart. Also das ist echt hart. So. Ich würde sagen, den kriegen wir geschoben, oder? Die 300 Kilo. Ja, das ist ja wirklich krass. Der wiegt ja wirklich nichts. Jetzt geht es um die Wurst. Also. Da ist die Kamera. Ich habe 580 hittet. Ich habe 540 gesagt. Aber wir sind schon relativ nah am Ende. Ist jetzt nicht so, dass wir hier so komplette Ausreißer hatten wir noch nicht. 580. Du weißt schon, es geht um F40 Fahrt, ne? 593. Der Punkt geht an mich. Das heißt, Gleichstand. 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 Jetzt ist die Frage, machen wir eine Sonderwertung oder einigen wir uns einfach drauf. Wir fahren Arbeit unter F40. Ich glaube, wir fahren Arbeit unter F40. Beides, ne? Oder? Machen wir jetzt nicht heute. Ist schon spät. Mega geil. Wirklich. Mein Herz geht auf, dass wir diese ganzen Autos wiegen durften. Ich fand es echt eine geile Idee. Wann kriegt man mal die Möglichkeit? Das ist für mich geil, so eine Sammlung, dass all die Autos stehen und dann lässt sich der Besitzer auch noch drauf ein, diese ganzen Autos wiegen. Ist für mich wirklich geil. Ist geil. Ist für mich auch schön zu sehen. Mega Bock gemacht. Danke dir. Ihr könnt euch ja noch ein paar weitere Videos freuen, weil wir fahren jetzt nämlich F40 und wir fahren Arbeit. Mal gucken, was auf der Rennstrecke schneller ist. Nein. Spaß beiseite. Danke fürs Zuschauen. Die große Hypercar Challenge wiegen plus Bonus. Danke fürs Zuschauen. Danke für deine Zeit. Danke für diese geile Sammlung. Ich gehe mit dem Grinsen schlafen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Bis dann Leute. Ja. Bis dann. See ya. Bis zum nächsten Mal.